Willkommen zurück zur weiteren Folge Minecraft. Hier ist der Folge 567 und wir waren in der Folge dabei, den Ofen hier zu befüllen, bzw. wir haben den Ofen nicht gefüllt. Müssen wir eigentlich unten rein? Ne, erstmal aktuell nicht. Das heißt, wir bauen hier mal zu. Das ist nämlich ziemlich nervig, nicht die ganze Zeit runterzufallen. So, wobei, sie sind mir stehen geblieben, wir wollten den Ofen füllen, bzw. wollten wir erstmal den hier füllen. Und, dass die Kelbproduktion weitergeht. Das heißt, das wären 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, denn alles voll ist 18. Hat da mal noch was denn? So. Ja, wir müssen sowieso Kelb holen, ne? So, und zwar machen wir erstmal 4 mal 18. 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18. So, dann teilen wir das nochmal auf. Dass wir auf jeden Fall hier genug haben. So, hier kommt jetzt noch, guck mal, das läuft noch richtig schön da durch. So, da kann man da ein bisschen ein bisschen durchbraten lassen. Dann holen wir uns nochmal da ein bisschen Kelb. Kelb müsste hier hinten sein, wenn ich mich nicht irren tue. Na, ist doch noch gar nicht die erste Register. Oh, die zweite ist auch noch nicht voll. So, jetzt wollen wir... Äh, ne, das war nur eine einzelne. Das wollte ich nicht. Ich wollte einen Stack hier rausschmeißen. Ich nehme mal drei... Ich mache mal drei Stacks, die ich mir mitnehme. Drei Stacks. So, 3 Stacks, 56, das kann nicht sein. Ach, da liegt auch noch was. So, drei Stacks haben wir. So, das heißt, 18, 16 und 2, ne? Warte, warte, wir haben eher 8, das heißt, wir müssten jetzt hier nochmal 16 und 17, 18, 17, 18, 17, 18, so. Super, dann können wir jetzt hier schon mal füllen mit Sand. Also eigentlich geht glaube ich sogar 19. Aber das ist ja... Ah, stopp. Erstmal den füllen. Na doch, ist gar nicht so viel. Jetzt habe ich den schon wieder vergessen. So, den und den, dann haben wir quasi die Hälfte in einem Durchgang. Fast. Fast die Hälfte in einem Durchgang. Die wir hier reinschmeißen. So, und den und den. Ja, das ist fast die Hälfte. Ja, das ist jetzt nur doof, dass der hier noch den Sand hier durchschiebt. Ich nehme den mal mit runter. Weil der wird nämlich ein bisschen verstopfen. Und das ist ein bisschen doof. Weil hier ist es auch schon. Guck mal, wie Kälb hier schon drin ist. So, wir schmeißen den trotzdem schon mal hin. So, das ist ja egal von wo. Hauptsache jeder kriegt seine 18 ab. So, und da läuft der Ofen. Können wir nochmal einen Screenshot von machen. Ein schönes Screenshotchen. Dann kommt hier auch so langsam. Guck mal, sind schon 8, 8, 8, 8, fertig. 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, so, zapp, zapp, zapp. Geht das zügig. Hey, hier mal ein bisschen Eigenwerbung. Dir gefällt das Video? Dann lass doch einfach eine positive Bewertung da unter dem Video. Oder kannst auch gerade einen Kommentar schreiben. Oder, wenn dir der ganze Kanal gefällt, dann lass doch einfach ein Abo. Das ist gar nicht schwer. Du musst einfach nur runterscrollen und auf Abonnieren drücken. Und dann kannst du alle Videos von mir angucken. Du verpasst keins mehr. Jedes Mal, wenn ich ein neues Video hochlade, bekommst du eine kleine Mitteilung. Und dann kannst du dich schon mal gespannt an die Folge setzen. Dankeschön. Wir machen das mal so. Wir tun jetzt einfach mal, spaßhalber, die da rein. Dass die auf jeden Fall schon mal da reingeschoben werden. Und wir können auch eigentlich... Komm, wir nehmen hier nochmal ein Stack und speisen hier unten rein. Und den auch noch. Toc, 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 toc. Super. Weil die können wir auch gerade... Äh, rausnehmen. Kaktus kann da raus. Dickskan raus. Das kann raus. Die kann raus. Die Trichter schmeißen wir gerade mal wieder hier zurück. Super. Dann läuft das doch schon mal. Das läuft schon mal. Das ist gut hier. Das... Ja... Ich brauche jetzt noch ein bisschen, bis das leer läuft. Da guck mal, ist schon ein Stick voll. Ja, geht zügig. Gut. Dann können wir mal gucken, wie das... Ah, schon wieder Nacht. Schon wieder Nacht. Habe ich nicht erst gerade geschlafen? Hm. Komisch. Und dann gucken wir mal, wie draußen so gewachsen ist. Ob hier was passiert ist, ob nichts passiert ist. Na, es ist noch ein bisschen was, was wachsen muss. Ist noch ein bisschen was, gut. Derweil können wir ja nochmal hier die... Bäume abholzen. Ach, stopp. Ich wollte doch eins... Ah. So, jetzt können wir hier erstmal abholzen. Das ist doch schön, wunderschön. Den auch noch. Dass wir ein bisschen Dark Oak... Ui. Logs im System nachher haben. Super, super, super. Was haben wir da? Also hier könnte man schon fast... Ne, da ist noch eine Pflanze, die fehlt. Zwei. Sonst hätte ich gesagt, das können wir da ein bisschen dekorieren. Aber, naja. Das muss hier erstmal wachsen. Super, 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 super. So, zwei Stück. Wir müssten im Prinzip acht Stück haben. Ne, zwölf. Ach, deshalb ist der nicht gewachsen, weil ich hier ein zu wenig platziert habe. Und das erklärt's. Also bis wir... Zwölf. Und ein bisschen mehr haben. Super. Der Zähler, guck mal, wie schön da hoch geht. Na. Bietchen. Wo willst du hin? So, weil fliegen die doch nochmal gar nicht. Äh, wir machen das mal so. Wir setzen trotzdem nochmal hier... Zwei Bäumchen hin. Weil die sind sehr gut. So, und jetzt haben wir quasi die drei schon mal... Die drei schon mal, die wir mindestens hatten müssen. Jetzt müssen wir nur noch... Ein paar mehr machen. Wie kommst du da rein, Toto? War also ein Golem. Das ist doch nicht cool. So, absolut nicht cool. Absolutlich nicht cool. Zwei Pflanzen müssen hier noch wachsen. Wie sieht's denn auf der Seite aus? Hier ist, glaub ich, alles gewachsen, ne? Oh, ne, doch nicht. Eine fehlt noch. Die weiß auch noch nicht so ganz, wohin. Gut, gut, gut. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir mal das Bäumchen wachsen. Sehen wir uns dann auch in der nächsten Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann lasst noch eine positive Bewertung da. Oder ein Abo. Und bis denn. Tschau, Leute.